Am meisten fasziniert mich, dass viel Technik, digitale Daten, aber auch viel Know-how von Menschen und Ideen zusammenkommen und so Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden bringen kann. Mein Name ist Gregor, ich darf seit 16 Jahren bei Schindler arbeiten und eine meiner Tätigkeiten ist die Leitung des Technical Operations Center. Wir haben vor über 15 Jahren angefangen, die ersten Anlagen mit Datenverbindungen in Betrieb zu nehmen. Mittlerweile darf ein Portfolio von mehreren Zettel unserer Anlagen mit Datenverbindungen betreiben. Im Technical Operations Center kommen alle Datenverbindungen der Anlagen, wie alle Sprachverbindungen zusammen und hier stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft in Betrieb halten können. Die Datenverbindungen bringen uns etwas zu analysieren und wissen, was auf der Anlage genau passiert, dass unsere Servicetechniker und Servicetechnikerinnen beim Vorortfahren bereits wissen, was passiert. Sie können nötige Ersatzteile mitnehmen und wenn Sie vor Ort sind, durch moderne Diagnosesysteme direkt das Problem hergeführt werden und das schnellstmöglich beheben. Falls Sie seltener Fall trotzdem zu einer Störung kommt und leider eine Person vor eingeschlossen ist, sind wir sicher, dass die Sprachverbindungen funktionieren. Hier im Technical Operations Center sind wir dafür verantwortlich, das jeden Tag zu prüfen. Es gibt ein Netzwerk von Technical Operations Center über die ganze Welt und alle Anlagen haben die Daten und alle Techniker von Schindler auf der ganzen Welt geben Feedback zu den Analysen. So stellen wir sicher, dass in jedem Moment unsere Analysen und Vorgaben besser und besser werden. Mein Team und ich sind da, dass verbundene Anlagen jederzeit funktionieren. Wir stellen sicher, dass wir immer besser werden für die Dienstleistungen von Monaten. Wir stellen uns einfach zusammen. Wir stellen uns hier bitte das, was wir dringend für ein Jahr. Wir stellen uns die Zerstörung zur Verfügung. Wir stellen uns ein, der Dachaube nach einem Kissen und nachdenken. Wir stellen uns vor allem nur etwas, aber, dass wir st億 können.